Ich schätze die Anwesenden. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass es mich sehr freut, dass ich als Frau auf die Liste gekommen bin, weil ich denke, ein paar Frauen können die SVP gut noch vertragen in Bern. Juristen haben es wahrscheinlich schon genug dort, aber Frau sind ja auch ein Kriterium. Meine Motivation für die Kandidatur ist, dass ich sehr Freude an der Politik habe, dass es für mich eine spannende Herausforderung wäre, mich zusammen mit der SVP in Bern einsetzen für Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz und vor allem für eine Verbesserung der inneren Sicherheit und auch für eine vernünftige Migrationspolitik. Ich danke Ihnen für die Unterstützung meiner Kandidatur und würde mich freuen, wenn ich als Frau für die SVP auf Bern könnte.